Hallo und herzlich willkommen bei der Mediaform Unternehmensgruppe, dein führender Anbieter für Erfassungs- und Kennzeichnungslösungen mit begleitendem Datenmanagement. Was uns auszeichnet, ist immer eine Lösung für deine Kennzeichnung. In dieser sechsteiligen Videoreihe erläutern wir das gesamte Thema Farb-Etikettendruck. In dem fünften Teil der Videoreihe zeige ich eigene Etikettendrucksoftware sowie nützliches Zubehör. Viel Spaß beim Anschauen des Videos. Um Etiketten individuell und professionell zu gestalten, benötigt es die richtige Etikettensoftware. Mediaform bietet dir daher eine Auswahl geeigneter Drucksoftware für die leichte und schnelle Erstellung verschiedener Etiketten. Unser Produktportfolio an leicht bedienbaren Softwarelösungen für Farb-Etikettendrucker ermöglicht nicht nur die einfache Gestaltung eines Etiketts mit Text, Bild und Barcode, sondern in den höheren Professional-Varianten des jeweiligen Softwareproduktes auch die Einbindung von Excel-Tabellen, Datenbanken oder eine Anbindung an dein ERP-System. Hier ist alles möglich. Sprich bei Bedarf einfach unsere Kollegen aus der Produktberatung an. Das passende Zubehör kann das Potenzial des eigenen Farb-Etikettendruckers voll ausschöpfen. Beispielsweise der Einsatz eines halb- oder vollautomatischen Etikettenentwicklers. Dieser unterstützt den Etikettendruck und erleichtert die Weiterverarbeitung im Nachgang. Mühelos lassen sich mehrere hundert, gar mehrere tausend Etiketten direkt hintereinander nach dem Etikettendruck automatisch aufwickeln. Das spart Zeit und Nerven. Darüber hinaus bieten wir dir noch weiteres Zubehör speziell für dein Farbdrucksystem an. Sprich einfach unsere Kollegen aus der Produktberatung an. Ich hoffe, wir haben dir den Umgang mit der Etikettendruck-Software etwas näher bringen können. Und du hast dir schon überlegt, wie du bereits deine Etiketten erstellst. Weitere Informationen gibt es wie immer auf unserer Internetseite in der Infobox unten verlinkt. Oder sprich doch einfach unsere Kollegen aus der Produktberatung an. In einem persönlichen Gespräch lassen sich dann all deine Fragen beantworten. Wir freuen uns auf deinen Anruf. Und wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über dein Abo und einen Daumen nach oben. Und um keine Neuigkeiten auf diesem Kanal zu verpassen, klick doch ebenfalls auf die Glocke. Im sechsten Teil unserer Videoreihe Farb-Etikettendruck geht es um den Mediaform Service und Support. Das Video haben wir dir hier verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.